Stell dir vor, du könntest dich immer und überall schön, stark, geschmeidig, mit Leichtigkeit, Freude und Flow bewegen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Im Alltag, deinem Sport, auf Arbeit oder auch in 30 Jahren noch mit deinen Enkeln. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, einfach bereit und frei zu sein. Und ich weiß, dass die ganze Information über Bewegung und Training verwirrend sein können. Aber eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung in unserem Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex, aber eigentlich nicht kompliziert ist. Gute Bewegung basiert auf sehr einfachen und klaren Prinzipien. Ich möchte mit dir meine Essenzen, Tools und Taktiken teilen, was wirklich wichtig ist. Aus Sport und Trainingswissenschaft, aus unzähligen Selbsterfahrungen, der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur, Bewegungskultur, der Arbeit mit hunderten Klienten von Alltagsheldungen und Profisportlern und meinen Großartigstenlehren. Ich zeige dir keine spezifischen Fähigkeiten, sondern die universellen Grundlagen, mit denen du jeden Aspekt deiner Bewegung, Fitness und Leistungsfähigkeit selbst gestalten kannst. Ich möchte, dass du der Experte für deine Bewegung bist.